Oh mein Gott! Ich habe so ein scheiß Tor gemacht! Er macht aus so einem Abschlag ein Tor! Ich habe noch nie so ein Tor gesehen! Der hat sogar ein neuer im Tor, hä? Habt ihr schon irgendwelche Vorschläge, wie ich Sidney gleich triggern kann? Einfach am Mittwoch durchgängig abschießt! Oh Scheiße! Junge, Junge, Junge! Willi ist im Finale, Chat! Willi hat 500 Euro gewonnen! Nein, nein, ja, ja! Ey, es ist so ein Witz! Das klipp ich! Gutes Ding, Chat! Gutes Ding! Da bin ich auch da! Ich habe noch ein paar Geschäfte auf der Form von Autofestorgerin. Auch viel! ... klipp, 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 klipp! ... klipp, 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 klipp! Euro. Warum war mir das klar? Was? 11 Meter? Was? Ja! Hey! Oh, er pfeift ab! Was? Er pfeift ab! Oh mein Gott! Ist das ein Glück! Was will mich komplett flachsen, Digga? Woher die Geld? Woher die Geld? Computer Sack! Alles gesehen, FIFA? Oh mein Gott, Luger! Was? Was? Nein! 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 Ich werde wieder rausquitten Werde ich mir wieder nicht geben Ähm, ja, FIFA Deutschland Ich werde wieder einen Clip machen Schießen! Schießen! Ich bin eher frühe König Frensch Absoluter Absoluter Magic Moment hier im Stream! Vielen Dank ist jeder! Oh! 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 Oh, Mbabo! Chat! Chat, bitte Clip, bitte Clip, bitte Clip, bitte Clip, bitte Clip, bitte Clip, bitte Clip! Ich will Brief und Siegel dafür meine Hand ins Feuer legen, dass ich keinen Kreis gedrückt habe! Keine Ahnung, was mein Barbruder gemacht hat! Keine Ahnung, was mein Barbruder gemacht hat! Kämpfe für NetVet! Entweder Engine oder auch Marksman oder so ein Kram, je nachdem wie du lustig bist! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Meine Karte! Kevin! Warte mal rein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mach ein Klopp! Mach ein Klopp! Na, Eva! Was? Was? Oh mein Gott! Nein, Goretzka, komm nicht hinterher! Elfmeter! Was? Ja! Natürlich! Lass es die klare Elfmeter! Das war kein Elfmeter! Ey, Digga! Freistoß-Trick ist ein bisschen zu weit weg vielleicht. Doch nicht zu weit weg! Tutorial kommt nächste Woche zu diesem Trick! Dieser Freistoß-Trick rettet Ärsche! Wirklich! Ösje! Du Schwanz! C-Line! Oh! Bruder! Ziehst aus einer 82-1882er! Das machen die Nervennehmer mit! Und wir als 82er! K-Line! Dieser Scheißgame! Digga! Ich mag zwei SPCs! Eh wie wahrscheinlich! Es ist doch nicht zweimal den verfickten Spielartsteam! Dieses Spiel ist für'n Arsch! Ich werd's nie wieder anfassen, wir gehen wieder raus. Es hat sich erledigt! Das ist so lächerlich. Oh mein Gott! Wie kann man denn? Oh, Klipp! Herzlich willkommen in meiner Welt! Ich verstehe all die Dinge, die ich mache manchmal selbst nicht! Also, dann passiert das. Nachdem ich das 2-0 aufgeholt hab. Seh egal. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt! Als ich gesehen hab, wie Neymar ausholt, wusste ich, der wird reingehen. Ich wusste's! Ich ficke dieses Spiel! Ich ficke dieses Spiel! Ich ficke dieses Spiel! Das ist so eine unverdiente Scheiße, Bruder! Ich steh da vorm Tor! Ich schieß aufs leere Tor! Ich triff nichts! Drecksspiel! Ich schaue nicht! Drecksspiel! 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 Oje! Oh! 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 600 K, Digga! Oh mein Gott! Also, fiel ab, Junge! Wenn du der echte bist! Gib uns deinen Account! Wir haben noch einen Bank auf dem Platz frei! Ja! Ja! Mir ist er beim Ronaldo Tor wahrscheinlich... Siiii! Ja! Das ist fast richtig! Du hast aber etwas vergessen! Es ist mehr so ein... Es wäre so ein... Fiei! Du kennst Sii! Es ist so ein... Siiii! So ein... Fiei! Was ist das? Ein schmutziges Sii! Aha! Es wäre so ein... Fiei! Das ist okay.